Ey, cool, ich platziere. Blöd, berd, schämme! Geht mich alles nichts an. Zufällig irgendeinen Spieler erschossen? Nö. Robert Mitchum, Elizabeth Taylor, Olivia Cole, Terry Garber, David Carradine, James Reed und Patrick Swayze. In John Jakes unvergesslicher Saga von Liebe, Krieg und Hass. Von Senseless im Sturm. Wunderstucka! Wunderstucka! Dieser Idioten-Skaff, Alter, ich hatte bloß noch 6 Sekunden. Nee, Werner, das hast du alles richtig gemacht. Immer schön mich nerven, das passt schon. Dafür bin ich da. Mann, das ist ein Spieler. Hoffentlich läuft er vorbei. Das Skeff ist noch da. Ziemlich leichtsinnig. Ich möchte den Skeff eigentlich auch nicht erschießen, weil er halt eine schöne menschliche Alarmanlage ist. Nö, Klau, Werner, wir machen das jetzt hier fertig. Ey, cool, ich platziere. Geht mich alles nichts an. Noch eine Goldkette. Menschenskind. Am Arsch, Alter, ich platziere ja meine Goldketten. Aber wie er doch gezielt in meine Richtung gekommen ist, oder? Da schlumpft noch irgendwas rum. Ey, ich wüsste wo. So, Leute, wir haben das Buch und die Ketten platziert. Jetzt müssen wir langsam raus. So, jetzt ist aber Ruhe hier. Der Skeff, wie er sich gebückt hat, er wollte looten oder trauern oder was weiß ich. Das ist bestimmt ein Skeffspieler, oder? Jetzt ziehen wir uns erstmal eine Packung Humbug rein. Was kann ich denn, ich habe eigentlich nichts besonders wertvolles hier. Schönes Teil. Schönes Teil. Was ist denn, ich habe auch soKim. So, jetzt bin ich wahrscheinlich die Person. So, jetzt bin ich dann raus. So, danke. Aber was musst du schwer 산p rom, хлושk gut vlogfurtividei. Dann geh lu Jenny Jana. So. Heute mal über prix. ush后 kam? So, jetzt bin ich eigentlich sicher. Okay. kot kuo, jetzt fahren hat Quick aplic. No, jetzt SAT? Now sind wir schon angeht zu sein. Ich bin. Ach, guckt es euch an. Hä? Achso, der hat die gefunden. Ich dachte erst, der will die hier platzieren. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 19 Minuten. Er hat auch einen Pilgrim auf. 43 Schuss PS Munition. 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. 20 Minuten. 21 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 Minuten. 25 Minuten. Wollte ich mal so sagen. Da haben wir wieder unsere Kellerprobleme. D, 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 D. D sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Ich höre überall jemanden rennen, Alter. Hier liegt einer Mausen tot. Amdu, grüß dich. Schönen guten Abend. Ich habe halt keine Ahnung. Ach, ich bin hier. Okay. Ah, alles klar, alles klar. Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Langsam formt sich hier ein Bild vor meinen Augen, was die Katakomben auf Interchange angeht. Mist. Ich habe halt diesen Kackpilkram auf. Der ist lila. Jetzt würde ich nämlich hier... Da oben läuft auch noch einer rum. D, 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 D. judging bayern. D, 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 B, D, D. wieso gucken denn alle nur immer in unsere richtung alter sind wir haben mir ja eine alarmanlage auf dem kopf oder was schon der typ im generic store ich meine ich hätte ja gedacht okay vielleicht würde ja auch dort die ketten platzieren aber nein das war ein und er darf das nicht und der läuft die rampe runter und guckt zu uns den zerrissen haben ja ich brauche noch granaten kills dave grüß dich danke dir noch mal für den kommentar heute unter dem video ich würde sagen ja als wenn doch es gibt das hätte ich halt gern von mir dass man sich nicht mehr in diesen gebüschen hinlegen kann es ist es kotzt mich so dermaßen an und das kann so weit nicht weg sein das muss hier irgendwo irgendwo muss es rumliegen in der ansonsten es wäre bloß bisschen schade um die bp munition ansonsten kommt das ja zurück das ist ja alles versichert gut ich werde mich jetzt hier aus dem staub machen hauptsache es wartet keiner bei uns auf unserem exfil hier hauptsache es wartet keiner bei uns auf unserem exfil hier ich fasse es nicht wir haben zwei quests ja ne quatsch jamming ist ja noch nicht abgeschlossen da sind ja bloß erstmal die goldketten allesamt platziert jetzt dann muss ich ja noch fünf spieler töten oder sieben ich weiß gar nicht mehr und wir haben wieder mal interchange überlebt zufällig irgendwann spieler erschossen aber wird auch schöner reit schöner reit bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.